Hallo, wir sind Trevor, wir sind Deutschlands fitteste Band und wir haben uns zur Aufgabe gemacht auch unsportliche Musiker zur Höchstleistung anzutreiben. Ruhig, ruhig, trainig, trainig. Ich kann das nicht mehr nehmen. Einmal noch, mein Freund. Du hast die Stadt aufgefilmt. Ah, ich liebe Sports. Das war toll mit dir, Fabi. Mensch, echt ein Profi. Danke, Leute. Du schaffst das. Danke, danke. War schön mit dir. Boah, was für ein Idiot, der wird richtig krippiert. Keine Chance, Alter, wie soll der Typ ein Thornhoff schaffen? Keine Chance. WOOOOO!